Hallo, heute erzähle ich euch von ein paar Büchern, die ich in der Vergangenheit auf Englisch gelesen habe, die mittlerweile übersetzt wurden. Gerade im Romance-Bereich lese ich ja wirklich sehr viel auf Englisch, vor allen Dingen dann zeitnah zum Erscheinungstermin der Originalausgabe und dann dauert es immer eine ganze Weile, bis Übersetzungen angekündigt werden und dann auch im Deutschen erscheinen. Und oft sind das aber Bücher, die ich sehr feiere oder nicht so gut fand und deswegen versuche ich immer irgendwie auf dem Schirm zu behalten, was dann so, nachdem ich das Buch gelesen habe, übersetzt wird und deswegen habe ich dieses Format endlich übersetzt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, in dem ich euch von Büchern erzähle, die ich schon gelesen habe und dann nochmal in Erinnerung rufe, ob ich es gut fand oder schlecht fand. Manchmal werden auch Bücher übersetzt, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben und die rufe ich euch dann natürlich auch nochmal in Erinnerung. Aber es gibt eben auch Bücher, die ich, keine Ahnung, vor zwei Jahren gelesen habe und da gut fand und dann erscheint heute oder in der heutigen Zeit die Übersetzung und dann kann ich euch das nochmal aktiver empfehlen. So, genug der Vorrede. Ich habe heute fünf Bücher, die mittlerweile übersetzt wurden. Unter anderem ein Jahreshighlight aus dem Vorjahr, also 2019 und die erzähle ich euch heute. Die Longacre-Reihe von Ronnie Lauren ist mittlerweile am Laufen. Band 1 Unvergesslich ist im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres erschienen und Unzertrennlich ist mittlerweile auch erschienen. In dieser Reihe geht es um Überlebende eines Highschool-Amok-Laufs, die wir zehn Jahre danach wieder treffen. Ich glaube, mindestens zehn Jahre. Und in jedem Buch steht ein anderer Überlebender im Fokus und deren Liebesgeschichten eben. Ich fand Band 1 wirklich richtig gut. Ich glaube, das bleibt weiterhin mein Favorit. Da geht es um Finn und Liv. Und in Band 2 geht es jetzt um Rebecca, die auch damals in dem Schul-Amok-Lauf Trauma erlebt hat, aber eben überlebt hat. Und sie trifft dann in der Jetzt-Zeit auf Wes. Sie ist mittlerweile Anwältin und hat Wes' Ex-Frau vor Gericht vertreten in deren Scheidung. Und es ist natürlich kein Wunder, dass er sie nicht besonders gut leiden kann. Sie treffen allerdings aufeinander in einer Situation, wo Rebecca seine Hilfe braucht. Und man merkt, dass es Anziehungen gibt, aber eben auch, ja, so Mauern, die dafür sorgen, dass sich beide erstmal nicht aufeinander einlassen wollen. Es ist eine ganz solide erzählte Liebesgeschichte. Vor allem besonders, und das hat diese ganze Reihe, dass es um die Spuren geht, die dieser Amok-Lauf in den Figuren hinterlassen hat. Und das fand ich schon sehr gefühlvoll. Und nachdem Finn und Liv so mein Favorit aus der Reihe sind, fand ich Rebecca und Wes aber auch ziemlich schön und kann, wie heißt es denn, unzertrennlich Band 2 aus der Reihe auch gut empfehlen. Jetzt kommt mein Jahreshighlight von 2019, nämlich Birthday von Meredith Russo. Das ist jetzt dann im Januar schon erschienen. Und das ist eine so schöne Jugendgeschichte. Es ist wirklich richtig fürs Herz und zwischendurch schon ganz schön hart, aber im Endeffekt dann hoffnungsvoll so schön. Wir treffen die beiden Protagonisten, Morgan und Eric, an ihrem elften Geburtstag. Die teilen nämlich den gleichen Geburtstag und die Familien haben sich damals im Krankenhaus kennengelernt und seitdem sind die Familien miteinander befreundet. Und wir treffen die beiden an ihrem elften Geburtstag und begleiten sie dann immer an ihrem Geburtstag in den folgenden Jugendjahren. Und erleben dann auch schnell, dass Morgan eigentlich im falschen Körper geboren ist und im Grunde ihres Herzens eine Frau, ein Mädchen ist. Und begleiten die beiden als Freunde, aber auch als Einzelpersonen, wie sie sich ausprobieren, wie sie Freundschaft verbindet und innige Gefühle. Wie sie natürlich auch irgendwie Druck von außen bekommen, weil sie jeweils Lebenswege gehen, die irgendwie nicht der Norm entsprechen. Das war irgendwie einfach ein sehr, sehr gefühlvolles Buch. Und die Endmessage ist hoffnungsvoll, so richtig fürs Herz. Ich kann euch das absolut empfehlen, wenn ihr mal wieder auf ein tiefsinniges, aber sehr, sehr schönes Jugendbuch habt. Am 1. Februar ist Für Immer Nur Du von Daphne Perry erschienen. Das ist der Nachfolgeband von Ein Sonnenstrahl im Regen. Ein Sonnenstrahl im Regen ist die Übersetzung von The Birthday List, einer meiner liebsten Liebesromane. Und das sind Companions, also man kann die auch getrennt voneinander lesen. Aber die Geschichte von Für Immer Nur Du ist im ersten Band schon angedeutet. Es geht nämlich um Molly und Finn. Und wir erfahren in Ein Sonnenstrahl im Regen, dass die sich getrennt haben. Die waren verheiratet, haben zwei Kinder und dann ist etwas passiert, was die beiden entzweit hat. Das wissen wir nun schon wie in Ein Sonnenstrahl im Regen. Und Für Immer Nur Du ist dann deren Geschichte einer zweiten Chance. Und ich habe nicht so wahnsinnig viel in Erinnerung, außer dass ich es sehr, sehr sehnsuchtsvoll fand. Also dass man im Band 1 eigentlich schon merkt, da sind noch ganz viele Gefühle und was ist da bloß passiert, dass es zu diesem Bruch kam und deren Geschichte dann zu erleben. Es ist nämlich so, die beiden haben sich mittlerweile als getrenntes Paar arrangiert, teilen Sorgerecht und so weiter. Und Molly bekommt dann, ja eigentlich ungeplant, Briefe, die Finn ihr geschrieben hat in der Vergangenheit. Und er hatte nie die Absicht, die abzuschicken. Er hat das eher so für sich geschrieben. Aus deren Kennenlernzeit, aus deren glücklicher Ehe, aber eben auch aus der Zeit danach. Und man weiß auch nicht, wer diese Briefe abgeschickt hat. So ein bisschen wie To All The Boys I've Loved Before. Ja, und das ist dann der Ausgangspunkt, warum die beiden sich wieder zusammenraufen und vor allen Dingen, wie die beiden das machen. Sehr, sehr sehnsuchtsvoll und schön und absolut empfehlenswert. The Birthday List, also ein Sonnenstrahl im Regen, hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Dann wollte ich euch eine ganze Reihe empfehlen. Ich erwähne das immer mal so am Rande, aber mittlerweile sind da wirklich, ich glaube, fast alle Bände erschienen. Ich glaube noch, nee, zwei fehlen auf jeden Fall noch. Die Reihe ist Knitting in the City von Penny Reed. Die Cover im Deutschen sind auch wirklich richtig gut gelungen. Mal was ganz anderes. Und es ist absolut Rom-Com-Feeling. Es ist eine Companion-Reihe, also man kann jeden Band separat voneinander lesen. Es geht aber um einen Frauen-Freundeskreis, die sich zum Stricken immer wieder treffen. Aber diese Strick-Club-Treffen arten dann meist aus in Gespräche über ihre Berufe, ihre Familien, aber eben auch über Männer. In jedem Buch steht dann eine andere Frau im Fokus, die dann Liebe findet. Und es ist auf jeden Fall ziemlich kichrig. Also deren Freundesdynamik ist richtig oft zum Lachen. Es ist ein bisschen reifer und erwachsener erzählt als so College-Schnulzen, wenn man eher mal in die ernste, nicht ernstere, erwachsene Richtung was lesen will. Und jedes Buch hat auch so ein kleines Spannungselement. Das kenne ich aus Romance-Büchern sonst eigentlich weniger. Aber hier ist es eben so, dass immer mal auch Gefahr im Hintergrund lauert. Nicht wirklich im Vordergrund, aber das wird eben auch miterzählt. Ich kann euch die ganze Reihe gut empfehlen. Ich würde sagen, Band 1 ist da immer noch so ein Sweet-Spot in meinem Herzen. Aber Band 4, und das ist, glaube ich, mittlerweile der aktuell erschienene, da geht es nämlich um eine Therapeutin namens Sandra, die sich mit einem Hacker namens Alex zusammentut. Das ist, glaube ich, so mein Zweitliebster aus der Reihe. Und zum Schluss wollte ich euch auch nochmal in Erinnerung rufen, wie mir die Reihe Brooklyn Years von Serena Bowen gefallen hat. Es gibt ja die Ivy Years und jetzt gibt es die Brooklyn Years. Da geht es dann nicht mehr um eine College-Eishockey-Mannschaft, sondern um eine mit erwachsenen Spielern, also eine professionelle Eishockey-Mannschaft. Und zwar aus Brooklyn. Und in jedem Band steht ein Spieler im Vordergrund und dann eben, ja, dessen Liebesgeschichte. Band 1, ich glaube, das ist so ein wiederkehrendes Element bei mir. Band 1 ist, glaube ich, aus der Reihe mein Favorit. Und ich fand auch die Ivy Years besser als die Brooklyn Years, aber das sind ganz solide Eishockey-Schnulzen. Band 1 war mein Favorit und jetzt ist frisch erschienen, was niemand erfährt. Und hier geht es um Patrick und Ari. Und bei Patrick fand ich das so toll, dass er ein Spieler ist, der auf dem Eis sehr, sehr körperbetont, fast sogar ein bisschen gewaltsam gezeigt wird. Also die Aufgabe, die er im Team erfüllt, hat mit Defensive und, naja, auch so ein bisschen dem Gegner Konter geben zu tun. Und er hat das sehr verinnerlicht, dass er sich selber hart fühlt und dass er sich selber gnadenlos fühlt und so ein bisschen auch das Gefühl hat, eigentlich sollte mir niemand zu nahe kommen, ich bin gefährlich und so. Das ist irgendwie ganz verletzlich in ihm. Und er tut sich dann mit der Physiotherapeutin Ari zusammen. Und die will natürlich ein bisschen genauer herausfinden, warum er so große Mauern um sich errichtet hat, hat selbst aber auch gerade nicht wirklich Lust auf eine Beziehung. Und deren Dynamik fand ich ganz sweet. Ich glaube, ich habe damals 3,5 Sterne vergeben. Also gut, solide, unterhaltsam, empfehlenswert. So, und das war es jetzt auch schon wieder. Ich wollte euch in der heutigen Folge von Endlich Übersetzt nur nochmal in Erinnerung rufen, was ich in der Vergangenheit gelesen habe und was mittlerweile übersetzt erschienen ist und ob ich das gut oder eher nur so mittel fand. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. до nächsten Ronald'S 2500 Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!